Hallo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Smiley, Dima hier und wir beide werden heute ein ganz klassisches Video machen. Und zwar, wer bin ich? Warte, nicht wer ich bin, ich weiß ja wer ich bin. Wer einer von uns ist. Okay. Ja okay, das war genug Sentimentales. Wir haben auch eine Bestrafung. Bestrafung, wenn man nicht erraten hat, wer man ist, muss man so ein bisschen nippen oder was? Ja, du musst einmal so Finger. Ja, einfach nur Finger ablecken und die Flasche stehen lassen. Mhm. Top, gefällt mir die Bestrafung. Freunde, ganz nette Info am Anfang des Videos. Dima und ich streamen jetzt gleich zusammen auf Twitch. Also könnt ihr schon mal in der Beschreibung den Link abchecken, reinfolgen. 18 Uhr. Ab um 18 Uhr sind wir da live. Also folgen und abchecken. Es wird sehr sehr lustig. Ich hab Bock, Dima hat Bock. Wir werden auch wieder zeichnen, ne? Das ist auch das Beste gewesen. Hauptsache wir zocken nicht nochmal... äh... Hauptsache wir zocken nicht nochmal Minecraft. Minecraft? Das hat mich nicht überzeugt. Du hast die ganze Zeit irgendwas im Dunkeln gemacht. Okay, wir machen das nicht nochmal. Schaut nicht bei Minecraft. Schaut, wenn wir malen. Okay, wenn wir malen. Wir spielen mit euch nämlich wieder malen. Jetzt ist das ja traurig, weil ich da in Minecraft gehatet habe. Das war echt schön. Diese dunkle Welt war toll. So. Schön, Mann. Jetzt können wir starten. Ich habe mir schon überlegt, wer ich bin. Wer ich bin. Du musst dann für mich überlegen. Ja, okay. Ne, für dich musst du überlegen. Du hast das Prinzip nicht verstanden. Ich glaub, du hast das. Du musst wissen, welche Person du bist. Wenn ich das weiß, dann kann ich ja gar nicht mehr raten. Ich muss überlegen, wer du bist. Ich bin zweiliein. Ja, aber in diesem fiktiven Spiel bist du gerade jemand anders, den du jetzt überlegen musst, wer du bist. Und ich stelle dir Fragen. Ich weiß nicht, wie das geht. Hey, Digga. Ich überlege mir, wer du bist. Und du musst Fragen stellen, um herauszufinden, wer du bist. Ja, aber zuerst bevor du überlegst, musst du dir überlegen, wer du überhaupt bist. Ja, komm, Leute. Ja. Alles klar? Hallo? Machen wir nur YouTuber oder generell? Wir machen verschiedene. Also, ich würde jetzt bei TikTok anfangen. TikToker? Ja, okay. Ich habe jemanden. Okay, let's go. Die Leute, die wir sind, werden hier unten jetzt eingeblendet, damit ihr es sehen könnt. Schön. Möchtest du starten? Du darfst beginnen. Ich möchte starten. Bin ich ein Mann? Nein, aber ich bin ein Mann. Ja. Mache ich auch Songs? Nein. Ich bin eine Frau. Ja. Kenn ich diese Person persönlich als Smiley? Glaub nein. Darf ich noch was anderes fragen, weil du glaubst nein? Dann sage ich nein auf jeden Fall. Definitiv nein. Okay. Gute Frage übrigens. Dann versuche ich das Gleiche zu fragen. Kenn ich diese Person? Ja. Männlicher TikToker? Kenn ich. Ist diese Person aus Köln? Nein. Hä? Hm? Ah, ich weiß, welche Richtung ich denken muss. Ich weiß. Ähm, ich bin eine Frau. Ich kenne die Person. Habe ich über eine Million Abonnenten? Ja. Ja. Follower heißt das bei TikTok, glaub ich. Follower, entschuldigung. Gibt aber auch schon einige, ne, mit einer Million. Ist gar nicht so einfach. Mache ich nebenbei auch noch YouTube-Videos? Hm, nicht wirklich. Vielleicht hast du zwei, drei online, aber nicht aktiv. Ich bin nicht aktiv. Okay. Dann ist meine Frage. Komme ich aus Berlin? Nein. Äh, du weißt aber auch ganz sicher, dass ich nicht aus Berlin bin? Ja, ganz sicher. Und nicht aus Köln? Ja, ganz sicher. Interessant. Ach so, wir sind nicht bei Deutschland nur? Weltweit? Du machst diese? Ich sag jetzt gar nicht. Ja, okay. Dann sagst du nicht. Ich komm nicht aus Deutschland. Ich krieg schon mal eine Soße, glaub ich. Du kommst aus Deutschland. Korrekt. Komm ich aus Berlin? Ja, ich weiß gar nicht genau. Ich schätze ja. Bin ich durch TikTok berühmt geworden? Ja. Habe ich schon mal Musik gemacht? Nein. Ich glaube das. Warte mal, ehrlich, man. Es wäre vielleicht besser, jemanden aufzusuchen, den ich richtig kenne, aber egal. Also, ich bin nicht aus Köln, ich aus Berlin. Bin ich ein deutscher TikToker? Ja. Hä? Aber die meisten sind doch Berlin und Köln. Hast du mich ausgetrickst, oder? Hä? Mach ich Comedy? Nein. Das ist schwer, Alter. Kenn ich den Namen 100 Prozent? Und wenn du bei TikTok unterwegs bist, solltest du eigentlich. Du bist doch bei TikTok unterwegs, oder? Ja. Also, durch Connections, wir sind connected irgendwie. Wir? Durch Adi. Aber Adi kennt auch ganz TikTok. Weißt du, jetzt weiß ich nicht, warum ich dir überhaupt Tipps gebe. Ver*** dich, Mann. Muss ich dir keine Tipps geben? Hast du überlegen, mit welchen TikTok-Mädels chillt Adi? Das sind so viele. TikTok war echt eine schwierige Kategorie. Schnell einfach Fragen raushauen. Bin ich über 20? Ja. Oder vielleicht 20 gerade. Warte, ich weiß, wer ich bin. Bin ich Minikuta? Nein. Scheiße. Bin ich Herr Anwalt? Nein. Oh, schieße. Das ist doch irgendwie auch. Ah, wobei ist er auch. Ah, Mann. Komm, jetzt schnell Fragen. Ich möchte, dass du mit teilnimmst. War sie schon mal im Haus? Nein. Okay, das war doch viel schwieriger. War ich schon mal im Haus? Ja. Ah, hab ich gefärbte Haare? Weiß ich nicht. TikTok, die bei uns im Haus waren Ticker? Nicht aus Köln und nicht aus Berlin? Du laberst doch. Nein, ich laber nicht. Bin ich Adi? Bin ich Dahlia? Ja. Nein, was? Ja. Dahlia kommt aus Berlin. Dass du das nicht wusstest, hat mich so verwirrt. Habe ich nein gesagt? Du hast gesagt, ja, ich weiß nicht. Also, ich war mir ziemlich sicher. Ja, deswegen habe ich sie auch gelten lassen. Ja, komm, wir sind gleich gut, oder? 1-1? 1-1. 1-1, komm. Und jetzt machen wir noch zwei Runden und wer danach mehr hat. Wenn jetzt jeder noch eine gewinnt, machen wir noch eine vierte. Okay, komm. Lass uns YouTuber. YouTuber? Egal welcher Raum. Deutsch sprach ich die ganze Welt. Okay, dann ... Ja. Ist jetzt hier eingeblendet, Freunde. Ihr seht, wer wer ist. Du darfst anfangen. Okay. Ich habe mir nur kurz überlegt, wenn ich nehme. Es gibt zu viele. Ich darf anfangen und ich sage, ich bin dieses Mal weiblich. Nein. Ich darf anfangen und ich sage, ich bin dieses Mal männlich. Richtig. Bin ich deutsch? Nein. Okay. Ich bin aber aus deutschem Raum. Nein. Sehr gerne. Bin ich Amerikaner? Ja. Amerikaner. Habe ich über 10 Millionen Abonnenten. Warte mal kurz. Ich bin Amerikaner. Jaja, du hast über 10 Millionen. Bin ich David Dobrik? Nein. Ich bin ein amerikanischer YouTuber. Nein. Bin ich ... Jake Paul? Nein. Du willst schon so diese schnelle Runde machen? Okay. Also wenn ich kein Amerikanischer bin und nicht Deutsch ... Es ist schon wieder so eine tricky Geschichte. Es gibt nur amerikanische und deutsche YouTuber. Der Rest existiert gar nicht. Ich bin nicht ... Ich weiß nicht. Bin ich ein Vollzeit YouTuber? Also ich bin nur für YouTube bekannt? Ja. Also ich bin nicht woanders bekannt geworden, dann auch auf YouTube quasi. Nein. Ich bin mit YouTube groß geworden. Okay. Mache ich Pranks? Nein. Schade. Ich bin nicht Jake Paul. Ich bin nicht David Dobrik. Ich bin nicht Logan Paul. Nein. Nee, denkst du ich kenne mich mit französischen YouTubern aus? Das ist Österreich oder Schweiz wahrscheinlich. So einer bist du. Wer weiß? Bin ich aus einem der Alpenländer? Nein. Nein. Bin ich ... In einem Kanal über 10 Mio. Männlich. Kenne ich diese Person? Kenne ich den Namen 100%? Solltest du eigentlich. YouTube Geschichte. YouTube Geschichte. Wenn jemand über 10 Mio. Follower hat, ist schon Geschichte, oder? Bin ich schon lange im Game? Ja. Mache ich noch aktiv YouTube? Nee. Scheiße. Bin ich nur eine Person auf dem Kanal hauptsächlich zu sehen? Kamer, also dein Kanal hat deinen Namen. Okay, mein Kanal hat meinen Namen. Habe ich Gaming-Content gemacht? Nein. Aber Bruder, du hast mich so in eine Sackgasse gefühlt. Du hast einen richtigen Scheißkanal ausgesucht wahrscheinlich. Nein. Bin ich eine Person oder bin ich eine Clique? War eine schlechte Frage. Das zählt nicht, oder? Das war eine Oder-Oder-Frage. Dann warte mal kurz. Hör mal auf zu spielen. Ich kann mich nicht konzentrieren. Entschuldigung. Bin ich ein Musiker? Ja. Mach ich auch Sport? Ja. Bin ich KSI? Was? 2 zu 1. Wer war ich? Du darfst noch mal probieren. Kriege ich dann den Punkt auf? Wenn du schaust, ja. Okay. Aber wir haben über 10 Millionen nicht mehr aktiv YouTube. Mach ich Unterhaltungskontent? Ja. Habe ich mal Musik gemacht? Willst du schon mal riechen vielleicht? Ja. Habe ich mal Musik gemacht? Ja. Das ist brutal, das Zeug. Riech mal noch mal. Ist motiviert. Habe ich auch Challenge-Videos gemacht? Ja. Klassische YouTube-Challenges? Nein. Wer war ich? Nigga Higa. Wer ist das denn? Du kennst Nigga Higa nicht? Nein. Nigga, Nigga Higa. Schreibt mal in die Kommentare, wer von euch Nigga Higa kennt. Das ist YouTube-Legende. Zig-Millionenfach geklickte Videos. Ist nicht ein Podcast. Die beliebte Videos. 80 Millionen, 50 Millionen, 55. Ne, kenn ich nicht. Das ist Legende. Ja, dann würde ich sagen 2-1, oder? Nächste Runde. Und zwar die letzte Runde. Die letzte Runde. Außer ich hole jetzt einen Punkt. Du könntest noch ausgleichen. Okay, machen wir vielleicht Schauspieler? So allgemein. Da habe ich verloren. Allgemein Stars? Da habe ich verloren. Verloren? Musiker? Musiker. Okay, let's go. Ich habe sogar einen. Mit Musik bin ich halt viel mehr drin als du. Aber nicht so Non-Name-Band, die man... Nichts Underground-Mäßiges. Nichts Underground-Mäßiges. Also schon jemand, den man kennt, auf Plakaten sieht. Ich habe jemanden. Okay, let's go. Ich fange aber an, okay? Ich bin weiblich dieses Mal. Nein. Ah, du Sexist. Ich bin weiblich. Nein. Du Sexist. Ich bin männlich. Ja. Deutschrap. Ja. Jetzt wird es kritisch. Ich bin mehr so Berlin. Nein. Ich bin männlich. Ja. Auch Rapper. Tatsächlich. Deutschsprachig. Nein. Ich mache Autotune in Songs. Ich würde nicht sagen, dass du Autotune Rap machst. Aber ich benutze Autotune. Tut das nicht jeder? Schlechte Frage. Okay, ich mache eine andere Frage. Ich rap über Fashion. Nein. Ringe schon mal nicht an. Ich bin englischsprachig. Ja. Ich komme aus Amerika. Ja. Vielleicht Kanada. Auf jeden Fall da oben. Immer diese Sticheleien auch. Ich bin englischsprachig Amerikaner oder Kanadier. Ich mache Gangsterrap. Schon, ja. Ich lebe noch. Ja. Ey, das ist eine gute Frage. Ist ja meistens nicht der Fall, wenn man Gangsterrap macht. Schon lange im Gang? Ja, schon ziemlich. Schon ziemlich. Du hast doch schon wieder so jemand richtig asses gemacht. Ich habe einen guten rausgesucht. Ich habe einen guten rausgesucht. Entschuldigung. Mach ich noch Musik? Ja. Jetzt stell mal eine gute Frage. Ja, ich mache noch Musik. Okay. Habe ich vor kurzem ein Album rausgemacht? Weiß ich nicht. Dreh dich noch auf. Ja. War ich beim Super Bowl mit dabei? Nee. Also nicht 100% sicher. Eher nein. Ich kann dir nochmal aufzeigen, wer da alles am Start war. Sag mal. Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, Kendrick Lamar. Die Allschool-Rapper. Nee, nichts davon. Also es war nein, du warst nicht in der Show dabei. Erst stell ich eine Frage. Ich rapp über Drogen. Nein. Der Hälterball. Ja, wahrscheinlich auch, aber nicht. Es sind alle Themen verbraucht schon. Über was kann ich denn rappen? Über Mama. Ah, Farid Bang. Diese Richtung. Okay, let's go. Okay. Bin ich dunkelhäutig? Nein. Ich rappe über Mütter. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Ich kenne doch nicht so viele Songs von dir. Gut zu wissen, dass du nicht so viele ... Warte mal kurz. Ich gehöre zu einer größeren Clique. Nein. Ähm ... Bin ich Maschinengang Kelly? Ja. Ohohohoi! Digga, das ist halt ... Die Frage mit bin ich dunkelhäutig. Ich war halt so ... Ja, das stimmt. Das war eine gute Frage. Ja, das war eine sehr gute Frage. Uh, zwei zu zwei. Ich hab's gar nicht gegettet die ganze Zeit, so dass es eigentlich die Frage war. Okay, ich darf noch mein Glück probieren. Eigentlich no chance. Ist Maschinengang Kelly ... Ist das etwas, was du hörst? Maschinengang Kelly? Ja, ich hab wahrscheinlich den Kelly früher gehört, mittlerweile nicht. Ich find's mir ein bisschen zu aggressiv. Seitdem Eminem den gef***t hat. Ähm ... Ja, also ... Das ist jemand mit meiner Frau zusammen. Ach stimmt, er ist mit Megan Fox, ne? Also, wenn ich nicht zu Clique gehöre, mach ich auch keinen Gangster-Rap normalerweise. Mach ich so einen Studenten-Rap, Digga. Nein. Du bist Synergy. Hab ich nicht gefragt wegen Köln, ob ich aus Köln bin? Mh-mh. Ah, okay. Ja, ich ... Der kam doch nicht aus Köln. Ja, wusste ich. Aber NRW hätte ich fragen sollen. Ja, Mann, ey. 2-2, dann brauchen wir noch einen. Was machen wir jetzt? Jetzt lassen wir's auf einfach. Jetzt ist es wirklich ernst. Was machen wir jetzt? Ja, du hast das Letzte vorgeschlagen, deswegen würde ich sagen, Schauspieler, oder? Bruder. 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 Komm. Schauspieler. Und ich habe meinen, meine ... Ich kenne gar nicht so viele Schauspieler. Okay. Hab ich. Jetzt hier wieder eingeblendet, Freunde. Hier und da. Du darfst anfangen. Ich bin ein Mann. Nein. Aber ich folge dem Schema, aber ich war bis jetzt immer Mann, dann bin ich diesmal schon wieder ein Mann. Ja. Schön. Du siehst das Männliche in mir, ne? Du spürst meine männliche Kraft. Ein männlicher Schauspieler, der in einem bekannten Franchise mitspielt. Ein bekanntes Franchise? Mehrere Teile von einem Film. So ein Universum von etwas. Nein. Also Fast and Furious wäre auch ein Universum. Ja, aber nein. Okay, gut. Ich bin eine Frau. Bin ich über 40? Nein. Ich ... Diese Runde kann ich nur verlieren. Eigentlich schon. Ich habe in einer Serie mitgespielt. Nein. Doch. Aber nicht als Hauptcharakter. Du hast nur eine ganz kleine Rolle. Ich bin ... Ich bin unter 20. Nein. Habe ich bei großen Hollywood-Filmen mitgespielt? Ja, ja. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Haha. Bin ich eher in Comedy-Filmen zu sehen? Nein. Ich habe einen Oscar. Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Spiele ich eher in Action-Filmen mit? Teils, teils. Bin ich unter 30? Kann ich nicht genau sagen. Eventuell. Männer dann ganz leicht runter. Habe ich bei Tribute von Fania mitgespielt? Ja. Fuck, wie heißt die Schauspielerin? Nein. Kate irgendwas, oder? Nein, die heißt im Film Kate, oder? Nein, weiß ich nicht. Darf ich das nicht googeln, wie die heißt? Theoretisch darfst du ja raten eigentlich. Ja, die Hauptdarstellerin von Tribute von Kate. Jennifer Lawrence. Genau. Kate Hudson. Wie krass. Hast du gerade meine Gedanken gemacht? So, sieh mal. Warte, ich habe noch einen Schauspieler. Ja, du hast eh verloren. Habe ich viele Muskeln? Nein. Fuck. Jesse Eisenberg. Wie bitte? Der Typ, der bei Zombieland die Hauptrolle gespielt hat. Wie bitte? Kennst du Jesse Eisenberg nicht? Den kennt man. Ja, der Mark Zuckerberg. Ja, der Mark Zuckerberg. Ach der? Der mit den Locken. Komm, Mama, deep den Finger da rein. Das war gut. Einmal 60. Wäre ich niemals drauf gekommen. Ja, ich wusste, ich muss ... Oh, ja. Oh, ja. Warte mal. Zeig mal einmal noch in die Kamera. Warte kurz. Hier so, Leute, ein Beauty-Shot. Ziehst du durch? Ich werde es bereuen, oder? Ja. Oh, ich spüre richtig, ich spüre richtig mit dir, ne? Die ist doll, oder? Ich hätte nicht überhaupt ... Oh, Digga, wie es an deinen Zähnen ist. Ich hätte nicht erwartet, dass die so schlecht abschneiden, Alter. Aber das ist ... Das ist echt scharf, oder? Das ist echt doll, Alter. Das ist brutal. Hier steht halt nicht drauf. Ja, das war's noch mit dem Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Es war echt mega nice mit euch. Danke fürs zu reinschalten. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Wir streamen nämlich ab 18 Uhr zusammen. Es wird sehr lustig. Ich kann nichts mehr sagen, gell? Das ist so scheiße. Freunde, wir sehen uns die Tage wieder mit einem neuen Video. Bis dahin. Haut da rein. Tschüssi. Und vergesst natürlich nicht zu lachen. Bye, bye. Boah, dir geht's echt nicht gut, ne? Digga, das ist ... ich hab's unterstellt. Also gar nicht Schärfe ab. Theoretisch. Aber dieses ... das ist diese andere Schärfe.